Wenn Sie mal Fernsehen gucken für Erwachsene, also für sehr Erwachsene, öffentlich-rechtlich oder so, dann finden Sie da eigentlich nur noch ein wirklich sinnliches Fernsehformat. Kochshows. Ja, also es ist, ich staune, dass Kochshows vor 22 Uhr schon laufen dürfen, weil das ist im Kern total pornografisch, also sehr viel nacktes Fleisch. Und der Zuschauer ist auch von den eigentlichen Sinnesreizen durch diesen Bildschirm da total abgeschnitten. Auch wenn man dann mal guckt, also Hip-Hop und Kochshow, die Protagonisten, die sind sich auch im Kern total ähnlich. Also hier zum Beispiel der Melzer, der streut so Kräuter übers Essen und dann lässt er das im Ofen alles abrauchen. Und der 50 Cent, der raucht es halt gleich. Und deswegen habe ich überlegt, damit wir jetzt über die Pubertät wegkommen, könnte man doch auch probieren, das einfach zu verbinden. Also Hip-Hop und Kochshow. Das habe ich gemacht, ich habe so ein Kochshow-Rap geschrieben. Ich habe zu diesem Zweck auch so ein bisschen Hip-Hop mitgebracht. Nee, Hip-Hop ist so. Und Kochshow. Und die Kochshow heißt, am Herd ist es hart. Hat vier Gänge. Und der erste Gang, das muss natürlich eigentlich jetzt First Gang heißen, und er lautet Thunfisch Carpaccio. Jetzt noch so ein Loop-Track. Jedes Mal, wenn ich diesen Rap mache und diesen Loop, dann stelle ich fest, dass das sehr schmerzhaft ist. Und vielleicht könnten Sie mir das so ein bisschen erleichtern, indem Sie dieses Geräusch unterstützend Genau. Ey, was glotzt dir so? Krachmöde, wie ein Thunfisch in der Pfanne, dass du echt auch einer bist. Ja, darin liegt für dich die Pfanne. Hier geht's jetzt gleich heiß zur Sache und dann bist du fällig. Alter, ich hab schon die Hand hier am Schnellkochplatten-Schalter. Ey, du Schwadko, bist halt irgendwo naiv ins Netz gegangen oder hast am Wurm genascht und zack am Haken krass gehangen. Ja, so geht das halt im Leben, wenn man bloß ein kleiner Fisch ist. Alter, yo, ich hoffe man bloß, dass du heut noch ganz frisch bist. Denn am Herd ist es hart in der Welt der langen Metzer. Yo, die Loser sind das Essen, die Cruiser sind die Esser. Ey, du Opfer kommst im Kopf her, aber ich bin voll der Fette. Alter, ich steh krass weit hinten in der Nahrungstätte. Second Gang, Salad. Alter, eigentlich werd ich ja von so Grünzeug gleich barbarisch. Ob wer schwul ist, ist mir wurscht, ja, aber wer vegetarisch. Aber trotzdem ist es geil, dich wie die Bitches zu entblättern und dir dabei auch voll krass noch das Herz herauszuflettern. Deine Schlecken haben ab sofort ein gar nichts mehr zu lachen, denn ich bin so richtig scharf drauf, dich voll sauer anzumachen. Patsch, jetzt hockst du da im Dressing und bist richtig essigsauer, voll mit Chili und Cayenne, yo. Das ist scharfer Gangster-Power. Denn am Herd ist es hart in der Welt der langen Messer. Jo, die Loser sind das Essen, die Cruiser sind die Esser. Ey, du Opfer kommst im Kopf her, aber ich bin voll der Fette. Alter, ich steh krass weit hinten in der Nahrungstätte. Third Gang, Ray Broughton. Schon als Kimi in die Tempers wollte ich immer Bambi schauen, aber heut weiß ich als Checker ist viel krasser Bambi kauen. Ja, so ein schwuler Ghetto-Pimp kann ich ja beim Metzger kaufen, aber ich geh tief im Wald selber entkrass am Hochlaufen. Da hockt Bambi im Gewisch mit der Family beim Chillen, doch ich treffe sie und peng. Jetzt gehen wir mal netzig grillen. Gestern lagst du noch im Gras, ja und heute in Speck und Butter. Wada, guckst du scheues? Nee, hier. Ich spicke deine Mutter. Genau, am Herd ist es hart in der Welt der langen Messer. Jo, die Loser sind das Essen, die Cruiser sind die Esser. Ey, Opfer kommst im Kopf her, aber ich bin voll der Krasse. Alter, ich steh ganz weit hinten in der... an der... Schnabeltasche. Final Gang. Ti-Ra-Mi-Zu. Ei, 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 du dummes Huhn, ja, du bist bloß ein kleiner Schreier. Du gehst mir am Arsch vorbei, denn ich geh dir an die Eier. Dich hat nie ein Hahn gepickt, ja, lege Batterienwixer. Deshalb pflanzen deine Chicks Breakdance im Elektromixer. Denn am Herd ist es hart in der Welt der langen Messer. Jo, die Loser sind das Essen, die Cruiser sind die Esser. Ey, du Opfer kommst im Kopf her, aber ich bin voll der Fette. Alter, ich steh krass weit hinten in der Nahrungskette. Dankeschön. Applaus